Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer, Elbos Mountain oder Elbos Gebirge. Ich hab mich eliminiert. Große Überrohrung, dass ich schon das Gunship zeichnen bei E. Und schon im Jeep MG Schütze. Ja, richtig cool. Machen wir uns gleich mal E, damit wir das geile Gunship bekommen. So und ich mach jetzt ein neues Squad auf. Machst du ein neues Squad auf? Ja doch. Scheiße. Komm bei uns rein, jetzt ist ein Platz frei. Äh, wo? Da. Ich weiß nicht, welches Squad hier sei. So, bin bei dir. Ja, geil. Wir alle drei Sprengen sind. Ich bin ein Gunship drin. Ach du bist kacke, jetzt wollte ich auch mal ne Aufnahme von machen. Nimm mal auf, dann kann ich da. Dann nehm ich da rein. Ah, was denn? Alter, da werden wir ja schon wieder abgeschossen von dem... Scheiß Heli. Äh, Flugzeug. Scheiß Heli, äh, Flugzeug. Sorge, wir haben ein bisschen Stoff hier. Keine Ahnung. Boah. Hast du das? Oh, der ist gegen uns geflogen. Der geht on. Ich bin raus geflogen. Ich bin raus geflogen. Oh was? Ich bin raus geflogen. Komm mal zu mir Magnus. Geht schlecht. Komm mal ab. Ich schieße. Ah. Und weiche Landung im Weiß. LOL. Mongo. Weg da. Oh. Bist du im Gunship? Überm Panzer. Was ist da? Oh Gott. Nein du Arsch. Du Arsch. Das ist kein mieser Arsch. Nein, nimm nicht mein Panzer weg. Oh. Nee, da ist ein Panzer von... Ey, bleib doch mal stehen. Geh doch mal in deinen Panzer rein. Der ist doch nicht repariert. Ich komm ja klar. So. Komm, fahr zurück ein bisschen. Ich bin die Straße rauf. Pass auf, da ist ein Panzerzerstörer bei dir. Ja, ach nee. Hab ich auch gar nicht gesehen. Ich glaub ein Typ ist ausgestiegen. Was hab ich denn... Ich hab immer noch das alte drinnen. Ich will das neue drinnen haben. Ich hab jetzt keine... Ich komm nicht hoch. Ich schaff es nicht. Komm nicht runter. Ist mir egal. Ich fahr jetzt runter. Ich schaff es. Ja warte. Nicht runterfahren. Ich bin noch... Rankommen. Ich seh dich doch gerade. Tschüss. Lass uns sehen. Juhu. Juhu. Oh scheiße. Nein. 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 Läuft. Hier ist das untere der Map. Yeah. Geil. Hahaha. Warte ich... Du bist ja explodiert. Geh raus. Geh raus. Nein. Reparier mich. Reparier mich. Nein. Oh fuck. Nein. Da gibt es einen Panzerzerstörer. Fick dich. Oh man. Ich hab ihn sogar noch getroffen. Fuck. Oh mein schöner Panzer man. So ein Scheiß. Du bist selbst schuld. Du bist nicht den geblieben. Was heißt ich bin selbst schuld? Das war total gemein. Nein. Ihr seid alle kacke. Mein schöner Panzer. Wo spawnen wir dann mal? Nein. Ich freu mich halt im S235 Flanke. Du bist ein Arsch. Ich weiß. Ich hab'n Arsch. Ich find'n Arsch. Ich find'n Arsch. Ich find'n Arsch. Ich weiß nicht ob du einen hast. Ich hab'n knackigen Arsch. Objekt ist secure. Der knackt Walnüsse. Ehrlich? Das weiß ich. Ich glaub das hab' ich schon mal ausprobiert. Das hast du von Dings. Dass der Walnüsse knackt. Von Scrubs. Echt? Ja. Ich hab'n mich nicht daran erinnern. Und da hat der Mr. Lieber Cox gesagt. Mein Arsch ist so knackig. Der kann Walnüsse knacken. Ja. Kann sein, dass er das gesagt hat. Dass er das nochmal irgendwie hervorgerufen hat. Und hat zu C geflogen. Guck nach oben in die Luft. Wat? Am ersten Tage. Bis zum ersten Sonnenlicht. Ich werd'n komm'n. Oh Gott! Ich bin Gendars. Oh du bist tot. Ne. Ich mach' nur ne Mittagspause. Aua. Haben die irgendwie das Gunship? Ne. Die tut mir so. Ah. Da ist er tot. Da war einer. Das hätt' ich jetzt auch wieder. Erst Hilfe ist hier Bruder. Mein Brüder. 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 Alter. Ich erschreck mich nicht so. Genau. Soll' ich jetzt mal hier runterfahren? Soll' ich mal hier runterfahren? Ich mach' mal schön'n Stunt. Wuuu. Oh fuck. Eid. Oh. Ne. Ich bin ordentlicher Fahrer. Wuuu. 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 Wo ist denn D? Da ist D. Fick dich. Hier ist B eh. Hier ist B. Hier ist D du Honk. B ist hier. D. Bist du blind? WTF? Bei mir stand hier grad B. Dann stimmt das nicht. Ey wirklich. Dann stimmt das trotzdem nicht. Als ich im Dings. Im Dings saß da stand da B. Wo ist denn B? Da unten. D. B ist da unten. Hier oben stand B. Ja. Machst du hier B. Das kann's keiner erzählen ey. Wirklich. Die Waffe ist so geil. Was hast denn du für eine Waffe? Wieso hast du hier kein Fahrzeug? Ich hab keinen Bock zu rennen. Ja. Du hast ja unser Squad schön hier runtergerollt. Ja. Ich hab's vorgeschickt. Vorgeschickt? Um die Sicherheit zu testen. Ja guck mal. Unser Squad Mitglied spawnt nur bei mir. Nicht bei dir. Ja weil er ein Bob ist. Oh ich glaub da unten ist unser Squad. Oh Gott. Echt? Wo? Das staubt da so unten so. Ne das ist der Berg. Der östetisch. Der Berg staubt. Ne der Berg raucht. Springen. Oh ich bin noch nie so weit gesprungen. I flee. I can. I believe I can fly. Aua. Komm mal bei mir. Yeah. Oh von hier. Läu. Läu. Hast du das Fack gesehen? Ja. Geil. Oh der liegt ja immer noch. Oh das hat gar nicht so wehgetan. Hurra. Juhu. Oh das hat gar nicht so wehgetan. Wie es aussieht. Wie es aussieht. So. Jej. Objektu zu冬ägen. Er hat seinen Ort. Ich hab das Schlager nur. Ah, bla bla bla. Ah. Ah, der hörst du da das sind Vögel-Mintergrund. Wie geil ist das denn bitte. Komm rein. Er bleibt leuchtend fest. Aufreche. Ah, B! Ah, B! Ah, B! Mensch, das ist B da oben. Und dann hast du nicht G gesagt. Was ist heute mit dir los, ey? Ah, Ponser! Ponser, fahr, 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 fahr! Nein, Ponser, leck mich! Ich kill dich alle! Ich bin überlebt, ich bin überlebt, ich bin überlebt, ich bin überlebt. Wie geil, nein, da kommt noch ein Panzer! Ich hab Angst. Ah, wie nett. Wie nett, wie ich einfach vor dir aussteige, ich bin gefärs noch weiter. Ah, wie geil das war. Oh, hier ist ein Panzer. Oh, fuck, Alter, nein, ich hab Angst. Geh da weg, nein, oh fuck, weg hier. Nein! Alter, was geht hier ab, Alter, wie geil ist das denn jetzt gerade? Ich krieg keinen Kills zustande. Alter, sind wir über den Panzer drüber gefahren? Irgendwann. Wir sind freundlich. Ja, komm, das war richtig geil. Ich hab gedacht, wir fliegen ein bisschen. Steht hier irgendwo, wie lange die Runde schon dauert? Volga! Oh, schade. Muss ich durch aufnehmen. Kacke, ich weiß jetzt nicht. Pass auf, links ist einer im Busch. Minen! Boah, gerade da hat sich ihn so schön gesteuert. Boah, die Waffe verzieht mir zu stark. Wo sind die denn? Der hat die genutzt. Oh, Minen schade. So, ich hab gehört, wir gehen mal zu... Ah! Nee, zu B. Oh man, der fliegt. Oh, guck mal! Bam! Das ist immer wieder geil, Alter. Ich hab's gesehen. Oh, das Eis bricht. Echt? Uh, uh, guck hier. Bin willkommen. Riecht alles. Stein. Der bricht nicht. Okay, wir schleichen uns von oben hoch. Von oben? Von unten? Oh yeah. Oh, hier steht auch gleich mal ein, äh... Boah, hier ist ein Rohr, Alter! Oh, Sniper. Oh. Sniper, pass auf. Sniper kann doch nichts. So, ab in den... Warum, boh, 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 boh... Nein, geh raus! Geh raus! Okay. Juhu! Wo fang ich hin? D! Juhu! Juhu! Yeah, Eye of the Tiger! Oh Gott! Baum! Der ist immer gefahren, die ist auch geil. Nein, aua! Ich werd getroffen! Lol, der ist ausgestiegen. Juhu! Wow, Alter, wie ich fliege! Ich kann nichts lenken! Ich bin auf dem Berg gefahren. Die falsche Richtung. Ich muss lenken. Gott, wo fahr ich denn lang? Ich seh nichts aus der... Oh Gott! Oh Gott! Schnee! Bergauf ist das Ding voll schwer zu lenken. Ah, geht, ich bin oben. Alter, wo fährst du denn lang? Ich fahr dir einfach mal hinterher. Alter, ich seh nichts mehr! Scheiße! Ah, fuck! Oh Gott! Den Kopf aber auch überall hoch, ne? Oh Gott, nein, 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 nein! Ich fahr in bergunter! Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott, ich seh ja nichts mehr! was geht hier irgendwo ist alles alles braun ach scheiße ich fahr den Berg runter ja ich bin da oben siehst du das wo ich fahr oh Gott wo fahr ich denn lang brems doch mal ist alles braun äh wo bist du denn gelandet ich weiß es nicht bei mir ist alles so braun grau wenn ich in die Luft gucke au au die Lichtbugs und ich fahr die ganze Zeit nur gegen Steine nein Mensch wieso bist du nicht bei mir gewesen ey wirst du denn wieder lange so wo bin ich denn jetzt muss ich mich erstmal orientieren du bist in der Nähe von G so weit weg ist das nicht ich seh grad nicht wie viel aber ich gehe einfach mal zu gehen hier oben den Berg hier bin ich eben die ganze Zeit runtergepressert hier und sei hier einfach zu gehen und fährst zu lang und sei hier ganz spannend das so hier oben geht zu gehen ja damit bist du blind denk dich mal dran denk dich mal dran denk dich mal dran hab ich echt immer Angst dass du da aufsteigst ey oh das ist ein Panzer ey guck mal ich hab stylig ich hab stylig mein äh mein Quotter hochgeparkt Alter ist doch der Panzer da wie geil ist das denn bitte leuch oh Gott wow ja mit den Dingern kannst du auch wirklich alles anstellen ne echt unfassbar G eingenommen musst du einsteigen komm komm nein bevor ich einsteige ok go go fährst du jetzt lang ok da ist ein Panzer runter Uhr 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 ich bin für D Herr Ruf D Herr Ruf D Markierungen ja geh fahr den Berg runter ja fahr noch weiter weg von D ja fährst du lang das ist der größte Umweg den man zu D machen kann was ist jetzt alles so ein Kack du bist so wieso wurdest du geboren ey was haben sie sich denn dabei gedacht deine Eltern ey als du geboren wurdest neck mich niemals ja hahaha oh lol wie man gleich angeschossen wird ey ich bin tot bist du da mit dem Fall schon rausgesprungen? ich bin glaub ich ich bin an unserer Umfallstelle Alter wie scheiße wird das denn eben grad bitte? ich konnte gar nicht zeigen ich wollte doch nur zeigen wie wie äh ein schön fliegt diese Warten das Ding ist so dankeschön äh die Arzt sind nur 30 jetzt hab ich 1 6 alter äh Armored Kill ist nicht mein Gebiet ey ich hab 3 5 ich stehe auf die großen Maps hammergeil aber ich will mich verarschen jetzt sitzt du hier auf dem Quad und ist AFK ja so wie immer jetzt sagst du ey man steig ein und dann los ja ok dann fahr ich mal mit dir nein wird der lang Boah Lukas hast du nie bei uns bohren ich bin gleich wie ich war von dir geil wenn er atmet kommt der Rauch raus aus ihm also jetzt also also atmen also Luft genau wie der wie der Rasensprengler ne ja komm ich achte auf sowas ich finde ich sowas hammergeil so probieren wir nochmal ich weiß gar nicht wo der ankommt kommst mal PEP kommt da dann kommen wir mal zu E wie viel das kann wo ist ein E da ist E den dienen wir mal zu E und sag nein oh ich hab wieder PEPs glaub ich gehabt oder ich hab wieder PEPs ich bin gegen einen Lastwagen gefahren mach mal was anderes rein mach mal kein Spreng äh kein Muni ein der andere hat schon Muni na geht jetzt nicht ah knapp bisschen bei der Hunde äh der ist tot und ich bin bei D und ich bin bei D noch ein bisschen höher D D D das Millimeterarbeit ist dort einer alter sind die alle warte warte sind eh voll fail vor allem voll direkt vor meine Füße altmann warte warte doch hoch der fährt jetzt nicht ernsthaft vor die Mine oder ey guck mal wie gemein ist der denn oh super ja dann runter zu B würde ich sagen oder hoch scheiße den habe ich nicht gesehen scheiße was ist denn mit dir Magnus ich guck grad was hä wo fliegen die hin hä wo bist du denn da drinnen wo wird wo kommt denn das auf ist das zufällig warte mal ach da kommt es ah ich sehe wo es aufkommt ah ok ah erklär den Zuschauern doch mal wie das Atelier funktioniert äh ja eigentlich ist das ganz einfach aber es ist scheiße zu treffen ich versuche hier das Gras das ist vielleicht ein bisschen langweilig aber ich muss mich da echt konzentrieren das ist richtig übel da brauchst du Millimeterarbeit das ist so scheiße ähm also Atelier ganz einfaches Prinzip du siehst du siehst hier halt äh dass du Raketen abschießen kannst sag an das 600 zahlen dann machst du dir mal fett die Karte da auf mit M mit der M-Taste und dann guckst du mal wo die ankommen das kannst du nämlich gucken wenn du wenn du drauf achtest da kommen dann nämlich kleine Wellenkreise also kleine Kreise als würdest du bei einer Pfütze das sehen und dann kannst du das dann kannst du das errechnen oder schätzen das ist besser gesagt das ist nämlich das ist ziemlich schwierig ich bin tot das war eh viel weiter nach unten so 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 ah passt immer noch nicht da beide sind keine Fahrzeuge ach schade naja ich hör mal auf ich werd mal ausprobieren aber damit hab ich jetzt die ganze Zeit verschwendet ich glaub das Video wird langsam asynchron ja ich mach mal ne Pause dann mach mal ne Pause bis ich bei Ebel bis gleich so da sind wir wieder bei der geht und ich fahr jetzt mit dem Jeep so ich glaub vorher war das ich glaub ich glaub vorher war das Video total an so asynchron ich hoffe jetzt geht wieder glaub ich das ist also ein Grund war das kommt nicht so vor wenn wir ziemlich anderen aufgenommen haben Leute ich hab grad voll den Baum mit meinem mit meinem Quad äh rumgeworfen oh ach fuck oh dich ja Artillerie auf uns oh das ist glaub ich ne feindliche ich hab Angst Alter das ist richtig übel ich bin hinter dir mein Kumpel Kamerad wow nee das ist unsere Artillerie Artillerie drauf boah alter da steht ein Quad boah ich bin so angeschlecht ich war alter das wär einfach richtig übel boah ja ganz ähnlich ich glaub ich brauch ne Pause meine Stimme ist schon ganz heiser durch das Schreien warte ich will mir meinen zu holen tschüss ich will mal an mir mal nochmal aus und effektiv ich will mal das Gespräche zeigen wuuuuh da oh Gott oh Gott oh Gott oh wie verwirrt das natürlich oh oh ja hab ich wunderbar gezeigt oh ich find den Schnee so geil der Schnee so geil der Schnee so geil der Schnee ist so groß ja ja Alter so viele Punkte mit 3-7 ey so gehört sich das ja paar schöne Pünktchen ist auch immer gut das muss man schon sagen ich bin zählender Platz das ist gut das ist in der Top 10 und äh ja mal gucken wie lang war die Runde das muss ich mal gucken 23 Minuten 23 Minuten boah der war eigentlich hat sich eigentlich viel länger angefühlt finde ich eigentlich ja ne hat sich viel länger angefühlt das war bei der bei der äh äh bei einer Dessert war es überhaupt nicht so naja da ging es viel schneller naja egal äh ich sag tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal ich bin ich bin dafür dass wir das nächste Mal Operation Metro aufnehmen Eroberung Mal sehen und dann sage ich Tschüss und haut rein